Hallo, liebe Tiefsee-Freunde, zu einer neuen Ausgabe von We Are Football mit dem Verein SV Rödinghausen in der Winterpause, wie es aussieht, tatsächlich. Genau, jetzt haben wir endlich die Winterpause, die wir brauchen. Weiterbildung, bitte einmal hier hin. So, jetzt können wir wieder unsere Mannschaft anschauen, in Sachen Verträge. Das ist jetzt wichtig. So, wen wollen wir denn weiter behalten? Der läuft noch ein Jahr, das ist okay. Ja, den auf jeden Fall, den Derflinger. Der ist eigentlich wichtiger, die beiden hier. Dann hört das endlich mal auf. Ja, den nehmen wir mit. Und den Lange auch. Genau. Gut, weiter geht's. Freundschaftsspiegel, nee, Vereins-App. Ja, das können wir machen. Das ist eine gute Idee. Weiter geht's. So, was üben wir denn? Pressing, ja, das können wir machen. Dann hätte ich da hinten bitte gerne, äh, vielleicht mal was anderes. Und zwar, Schweiben haben wir noch gar nicht geübt. Äh, da sind wir ganz schlecht aufgestellt. Hoherabschlüsse gegen Pressing, da sind wir ganz gut aufgestellt. Äh, dann machen wir hier noch Dribblings, würde ich sagen, ne? Dribblings, so. Und hier, äh, machen wir. Gucken wir mal Einwürfe, haben wir noch nicht gehabt. So. Ich hab keine Ahnung, ne? Einfach, einfach nach Gefühl. Wird schon schief gehen. So. Was haben wir hier? Der bis 2024. Ja, das können wir machen, das ist okay. Äh, oh, der will eine Ausstiegsklausel haben. 2,2 Millionen. Ja, das ist ne gute Idee. Das, ja, dann würde ich auch verkaufen. So, ähm. Aber nicht so viel, ich hab doch nicht so viel Geld. 80.000 kannst du haben. So und so. Okay. Da geb ich ein bisschen nach. Ich hoffe, du lässt mich jetzt nicht hängen, ne? Bitte. Ja, der weiß, dass er gefragt ist, das ist ein Problem. Ja, ich will den behalten. Den will ich schon halten hier, ne? 5,7. Auch der ist wichtig, da langer. Das wird jetzt... Die zwei werden teuer. So, 24.000, ja, das passt. 80.000, dasselbe mal, wie vorhin auch. 90.000 Mal gucken und hier beides zusammen, so. So, verhandeln. Nein, der weiß, dass er gefragt ist, das ist das Problem. Ja, ich... Ah, ich... Das wird so gefährlich, dass ich den verliere. Ich will den... Halten. So, jetzt haben sie nämlich dann die Anfragen auch erübrigt. Das haben wir hier. Ah ja, die Freienz-App. Jetzt ist die Frage, wollen wir einen Spieler dann auf die Transferliste setzen, den wir eigentlich nicht... Ja, gut, der eine Innenverteidiger, der 36-Jährige, den werden wir ja wahrscheinlich dann ersetzen durch einen neuen in der nächsten Saison. Das wird uns wieder ein bisschen Geld kosten. Infekt schon wieder. Nee, 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 nee. Was ist denn los? Mause, was hat der wieder? Muskelfaser, das ist... Nein, das ist schlecht. Oh, 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 oh. Das ist... Blöd. Gut, jetzt haben wir zwar noch fast einen Monat Pause. Aber... Jetzt müssen wir mal schauen, wie lange der ausfällt. Der her. Ja, wir machen weiter mit... Was machen wir denn? Hass spielen, würde ich sagen. So, persönlich ist wieder ganz klar, Weiterbildung. Jetzt schauen wir uns mal kurz im Scouting an, einen Innenverteidiger. Mal gucken. Wir wollen suchen, genau. Mal schauen, ob wir was Interessantes finden. Was ist denn? Was ist da los? Nee, zu teuer. Äh, ich will... Was will ich denn? Nicht defensiv, sondern Innenverteidiger. Ja, so passt das, genau. Nationalität ist wurscht. Deutschland ist... Ist das wichtig? Nee, oder? Immer so. Kann man keinen drinnen, ne? Na, die kosten alle ein bisschen viel, ne? Also, so viel wollte ich eigentlich nicht hier, äh... investieren, ne? 140, ja, super. Was hat der für eine Stufe? 4, 9, ja, der wäre natürlich super. Mainz 0, 5, 2. Den werden wir mal... scouten. Was haben wir sonst noch? Den Italiener. Nehmen wir auch mal mit. Dann haben wir hier noch... Viktoria Aschaffenburg. Ja, warum nicht? Den können wir auch mal mitnehmen. Scouten. Ah, die 3, würde ich sagen. Was haben wir hier noch? Wenn ich jetzt auf 30 hochgehe, vom Alter her, haben wir da noch was? Ah ja. Gut. Das ist doch mal eine interessante Sache. Gucken. Da. Was haben wir denn hier? Oh, der hier. Chemie Leipzig. Er ist zwar schon 30, ne? Das ist ein bisschen zu alt. Auerbach. Turgücü München. Nehmen wir den auch mal mit drauf, genau. Und den Philipp Müller. Aber sonst noch. Österreich. Ja. Ein bisschen alt. Was ist denn vom Alter her? Irgendwas interessantes hier? 27 Jahre. Na, es ist alles ein bisschen zu... Han Ping-Fai. Ja gut, langfristig ist der natürlich ein bisschen zu alt. Was ist denn mit dem hier? Vargas. Ja gut, das kann man hier auch noch. Gut. Also ich würde sagen, es reicht jetzt erstmal die 4. Oder 5. So. Jetzt haben wir das erledigt, ne? Genau, Weiterbildung haben wir auch platziert. Wie schaut es jetzt aus mit unseren Abteilungen? Mal schauen, ob die Anzahl der ja, Betreuer etc. da passt. Da, ja. Auslastung ist da ein bisschen hoch hier, ne? So, das passt auch noch. Ja, gut. Wie ist denn hier los? So. Laufzeit, da läuft noch alles, oder? Bei... Ja, das ist okay. Was haben wir hier? Anreise zum Stadion. Ja, das kostet 1.000 Kohle, Freunde. Ne, ne, ne. Da haben wir kein Geld dafür. Ähm. Ne, das ist alles gut. Okay. Ne, das passt halt. Gut. Nächste Woche, bitte. Da machen wir wieder eins auf, äh... Weiben, bitte. Und, äh... Absatzfalle. Das haben wir nicht so oft trainiert. Pässe, das ist okay. Das passt alles. Und hier machen wir noch, bitte, ähm... Konter. Konter Passspiel. Und Konter mit weiten Bällen. Und Konter mit... Was ist das andere? Ne, die beiden, genau. Das passt. Gut. Und dann machen wir zwischendrin bitte mal ein bisschen Erholung, würde ich sagen. Ne, aktive Erholung. Damit wir uns hier nicht gleich wegknicken. So. Okay. Go. Ja. Das Training ist kein Pappenstiel hier, ne? Also bitte. Wir haben ja auch Winterpause. Also kann man auch was tun. Also ich wollte ja schauen, wie lange der ausfällt. Ne. Machen wir es gleich in der nächsten Woche. Jawohl. Wieder zwei Punkte mehr. Die Woche ist rum. Wie wollen wir es jetzt haben? Ach, die bieten mir denn an. Das 4,6... Ablöse 70.000. 20 Jahre. Moment mal. Also 4,6 ist jetzt nicht so verkehrt. Ja, ich habe es jetzt keinerlei, ja, Werte, also in Sachen Scouting. Unke, 306.000, Freunde, das kann ich mir nie leisten. Der wäre schon interessant. Ja. 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 Da ist das ja auch ein Gehaltsgefüge, oder? Warte mal. 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 Wie kommt denn der? Warte mal, der hat 4,2... Was sind denn meine Defensiven? Na gut, der kann eigentlich weg, der war da, ne? Der müsste eigentlich auf die Transferliste, würde ich sagen. Geht nicht in hier aus. Wie viel verdient der eigentlich? 49.800, ne? Und der will 300.000 haben, ja, ist klar. Ne? Leute, ne, also bitte. Du, der ist... Ne. I'm sorry, aber... Ne. Und auch nicht zum Spaß. 100.000 Grundgehalt. Ein Schnäppchen wäre schon gewesen. Aber... Da geht es mal rein, der auf Dauer. Können wir nicht machen. Gut, wir könnten den kaufen und dann den Verein verlassen. Ja, das wäre eine Idee. Aber nein, wir sind nicht so unfair. So, Ballgewinne. Wir machen wieder eins auf Offensivspiel, würde ich sagen. So, Persönliches wieder. So, ich darf jetzt ja nicht vergessen, zu schauen, wie lange der ausfällt. Medizinische Abteilung, bitte. Zwölf Tage nur. Puh, Glück gehabt. Gespräch vereinbaren, ja, passt. So, nochmal den Verein, bitte. Äh, das Team. Wir wissen, wer da noch verlängert wird. Äh, ja, 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 ja. So. Äh, also der hier, den können wir noch verlängern, würde ich sagen. Den wird, das ist ganz nett, würde ich sagen. Ja. Der passt auch ganz gut zu uns. So, und die anderen, ja. Werflinger, ja, den können wir auch noch verlängern, würde ich sagen. Gott. Das machen wir mal bitte so, würde ich sagen. Weiter geht's. So, nächste Woche. Äh. Ach, da machen wir wieder ein bisschen Schwalben üben. Na, ihr seht ja unten, wie das sich da ein bisschen steigert. Deswegen Schwalben und Abseitsfalle, würde ich sagen. So, nehmen wir mal. So, Angriff über Mitte zweimal aus. Dann haben wir zweimal Dribbling, haben wir hier Dribbling, Tor, Abschluss. Genau. Dribbling haben wir nochmal, ja. Ist gut. Ach so. Wollen wir vielleicht mal hier eine Pause machen. Ja. Vielleicht mal hier mit auslaufen und so. Ja. Guck mal, weiter geht's. So, end so wird's. Ja, der wird auf jeden Fall. 25. So lange wollen wir den nicht haben. Vielleicht nur bis so. 25. Dann machen wir hier wieder, würde ich sagen. Gucken wir's mal. So. Und. Ja genau. Verhandeln bitte. Oh. Hm. Nochmal. Aha. Wird schon besser. Zeig halt zu. Das eine Ja. So. Vertrag wieder Dribbling. Go. So. Haben wir den auch erstmal? Guten Morgen. Ja. Ihr Gesicht kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja. Deins auch. Äh. Kann ich doch so einen Kaffee haben? Das freut mich. Ja, mich auch. Kann ich doch so einen Cherry haben? Warte geht's. Eieieiei. Da mach ich aber drei Kreuze. Dem wollte sonst echt keiner. Diese Sprüche sind Wahnsinn. So. Nächster Tag. Der Mause. Guten Tag. Der sagt nix. Brechen. Situation. Und. Besserung. Gott. Freut sich. Wunderbar. weiter geht's. Und die Woche geht wieder zu Ende. Ja. Ist jetzt nicht so. Vielleicht interessant. Aber. Muss auch sein. ein Manager. Und ein Trainer. Muss sich auch mal zwischendrin um andere Sachen kümmern. Ja. Wenn wir jetzt mehr Geld hätten. Könnten wir auch was in Sachen. Reiheninfrastruktur tun. Aber. Ja. Da ist natürlich. Rüttlinghausen. Jetzt nicht gerade. Die ideale Adresse. So. Nachwuchsarbeit. Oh. Der Adrian Wanner. Das ist der. Den ich eigentlich schon weg haben wollte. Okay. Jo. Dann bleibt er mal wieder. Würde ich sagen. So. Defensiv. Gut. Nächste Woche bitte. Persönliches. Äh. Weitere Bildung. Also in Sachen Kader würde ich sagen. Der Torwart. Ja gut. Wir haben ja noch einen jungen Torwart. Der dritte hier. Der ist der. Den ich eigentlich pushen will. Deswegen könnten wir jetzt den eigentlich. Abgeben. Theoretisch. Mal probieren. Oder ausleihen. Können wir auch machen. So. Dann. Äh. Der ist ganz schön teuer. Der Torwart. Puh. Also ich meine jetzt. Ne. Nicht teuer. Entschuldigung. Ich meine den kurzen hier. 67. Ja gut. 24. Den müssen wir eigentlich auch halten. So schlecht ist der nicht. Pass auf. Den. Ja. Da fliegen wir auch den Vertrag. Genau. Das ist das. Okay. Weiter geht's. Gebäudemanager. Können wir machen. Ja. Machen wir es hier hin. So. Nächstes Spiel steht an. Endlich. So. Dann machen wir hier bitte auslaufen. Und da wieder Gymnastik. Abseitsfalle. Genau. Das ist weit gut. Ähm. Machen wir hier nochmal wieder Walben. Abseitsfalle. Kopfbälle. Gegenpressing. Zweikämpfe. Abseitsfalle. Das ist dreimal Abseitsfalle. Das ist ein bisschen viel oder? Ne. Würde ich sagen. Dann machen wir hier 11 Meter. So. Ist auch nicht. Ja. Müssen sie nicht übertreiben. Gut. Der kurzen. Den machen wir hier bis. Äh. Ja. Den können wir bis 26 machen würde ich sagen. Äh. Aber nicht so viel mit meinem Freund. Ne. Also. Du. Alles. Aber das nicht. So würde ich sagen. Okay. Oh. Oh. Okay. Warte mal. Warte mal. So vielleicht. Jetzt wird's kritisch. Wir haben keine Verhandlungspunkte mehr. Und er ist nicht mehr so ganz glücklich. Hm. 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 Wobei natürlich jetzt. Klar. Wir spielen jetzt nicht mit Rödinghausen bis. Äh. Rödinghausen bis. Was ich was. Die nächsten 20 Jahre. Oder. Saisons. Sondern wir spielen ja eigentlich eher als Trainer. Das heißt also. Wir sind da nicht an den Verein gebunden. So. Jetzt müssen wir aber mal schauen. Ne. 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 Freunde. So einen machen wir nicht. Äh. So vielleicht einen. Ja. Schon besser. Den nehmen wir da her. Oh. Okay. Gut. Machen wir. Weiter geht's. Nächster Spieltag. Endlich geht's weiter. So. Dann wollen wir mal. Bitte. Also. Die Musik ist echt. Zum entspannen. Angedacht. Vielleicht passt hier die Musik der Gartesteil an. Ich weiß es nicht. So. Erst kein weitergehen. Bitte. Bitte. Jetzt schauen wir mal. Wer hier fit ist. Bitte. Ich möchte hier wirklich fitte haben. Fitte Spieler. Und motivierte. Bitte. Ne. Bergisch Gladbach ist 21. Tabellenletzter. Ne. Also bitte. Es muss. Hier funktionieren. Der Mause ist. Außer Gefecht. Dann würde ich sagen. Nehmen wir den Wirtz da rein. Weil der eigentlich ganz gut ist. Da in der Mitte. Da hat mir gut gefallen. So. Der Kunze ist da. Haut. Der ist gelb vorbelastet. Das ist schlecht. Dasselbe für den. Ja. Da tun wir den. Den vorne rein. Für den. Na. Ibrahim. Genau. Der Rest bleibt. So. Flottmann. Wolf. Ja. Ist alles gut. Ja. Okay. Dann. Los geht's. Nicht extrem offensiv, Freunde. Das lassen wir so. Na jetzt können wir nämlich da. Haben wir uns verbessert hier. Genau. Eine gelbe Karte bitte. Okay. Und konzentriert bitte. Genau. Und dann mal los. Wie wir sehen heute. Sieg ist Pflicht. Alles andere wäre eine Enttäuschung. So. Langer. Flottmann. Zimmerkaller. Dribbelt. Den vorne. Wirts. Hey. Weiter geht's. Nächste Chance. Ach. Buckmeyer. Schon wieder. Freistoß. Wirts. Wolf. Blottmann. Wirts. Hey. Leute. Oh. Hallo. Aufpassen. Was ist hier los, Kinders? Oh. Was ist hier los, Kinders? Oh. Oh. Sehr offensiv will ich nicht spielen. So. Äh. Wollen wir hier ein bisschen was verändern. Jetzt schon. Ja. Äh. Back. So. Flottmann. Langer. Dribbelt. Über den Flügel. Flanke. Kurzen. Eieieieiei. Pause. Hm. Ja. Bisschen mehr Einsatz, wenns geht. Oh. Jetzt da. Vor der. Ach ne. Der andere sieht da. Da vorne. Läuft. Wie der Buckmeyer. Also. Jetzt werde ich dann Buckmeyer. Wolf. Wirts. Plottmann. Oh. Witz. Klanger. Kunze. Uckmeyer. Kurzen. Simakala. Wirts. Kunze. Ah. Dropkick. Schade. Uh. Hin zur Wirts mit roten Karte. Das hat doch gefehlt in der Saison. Das stimmt. So. Jetzt müssen wir kurz mal überlegen. Wir spielen jetzt mal. Ja. Sofort. Hier mit. Äh. Warte mal. Wir nehmen raus. Kurzen oder den Vorte. Äh. Ich würd sagen. Wir nehmen raus den. Kurzen. Und bringen dafür den. Einer muss raus. Ich würde gerne mit zwei Defensiven spielen. Warte mal. Anders. Also der Vorte spielt vorne. Genau. Und dann. Ist die Frage. Wer kann denn links spielen? Simakala kann auch links spielen. Ok. Den Kurzen kann er auch rechts spielen. Buckmeyer. Und so. Ne? Ist auch ne Idee. Dann machen wir jetzt hier bitte mal. Defensiv mit langen Bällen nach vorne. So. Aktik ändern. Genau. Das passt. Dann machen wir kein Pressing bitte. Sondern nur. Äh. Variable. Variable. Genau. Machen wir hier bitte nicht über die Flügel. Sondern hier schön in die Mitte rein. So. Oh Gott. Ob das gut geht. Notbremse. Na bravo. Gut. Schon mal ein bisschen weiter gespielt. So. Jetzt schauen wir mal. Jetzt können wir mal. ein bisschen wechseln würde ich sagen. Dann nehmen wir jetzt mal den Haut rein. Und den Derflinger vielleicht. So. Ok. Derflinger kann drei Schüsse. Ok. Kurzen. Haut. Den Vorte. Konter. Ja. Hirsch. Nee. 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 Ab. Hui. Oh. Gut gehabt. Flottmann. Abseits. Elfmeter. Ten Vorte. Mach's. Singlein. Komm. Yes. Die Entscheidung. Die Entscheidung. Die Entscheidung. Kenners. Wichtiger Sieg. Das war. Von der Moral her. Super. Hallo. Schiri. Ab. Hui. Aus. Wir können nicht sie null spielen, ne? Ist klar. Ach. Uff. Durchatmen. Das war jetzt wieder. Eine Woche. Kinders. Meine Herren. Aber. 2-1. So. Jetzt kommt die Sperre. Zwei Spiele. Ach. Wir machen Einsprung, oder? Berufung. Genau. Yes. Mh. Abgelehnt. Super. Ähm. Tja. Nächstes Angebot. Zum Superpreis. Horvath. Horvath. Horvath brauche ich ja nicht. Habe ja schon einen. Ne Freunde. Tut mir leid. Also danke. Aber ne. Absolut. Lebensproblem. Hills. Durchatmen. Ja. Ich würde sagen, an der Stelle machen wir ne Pause. Transfers brauchen wir jetzt nicht. Na machen wir in der nächsten Ausgabe weiter. Ich bedanke mich. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!